So, weiter geht's mit World of Illusion. Ein Mario-Eck. Und hoffen es nächstes Level. Und hoffen, dass mir nicht allzu schweres erwartet. Hoi! Wenn ich mir so überall anschaue, das könnte lustig werden. Mhm. Okay. Mhm. Öff. Mal sehen. On. Hier hoch. Und... Ah. Das ist nicht wirklich schwer, oder? Öff. Öff. Los, hau erstmal ab, Fadperman. Äh. So. Hm. Ich muss ziemlich schnell hoch. Gut. Weiter. Duh, dum, 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 dum. Durch. So. Hier weiter. Na los, Mario, komm schon. So hoch wirst du ja wohl kommen. Ah, gut. Duh, dum, 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 dum. So. Hohen muss ich dann... Oh. Okay. Hm, 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 hm. So, dann geht's jetzt hier hoch und... Ah. Klar. Dann nochmal hier und... Hier runter. Okay. So schwer war das jetzt nicht. Dum, 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 dum. Okay, was wird das hier? Einfach Sprung, Sprung, Sprung. Yep. Los, kommt. Ihr kriegt mich sowieso nicht. Okay. Hm, 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 hm. Äh. Okay, das ist lustig. Man kann auf denen laufen, wenn sie schwarz sind. Da töten sie einen nicht. Und... Dum, dada, 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 dada. Okay, und was wird... Oh. Ja. Ich hab da so eine Ahnung. Und... Okay. So komm ich... Wie komm ich hoch genug? Äh, es kommt... Halt. Kann ich nicht da und da und dann hier hoch springen? Yep. Zeit wird knapp und jetzt hier hoch. Na, hat er sich nett überlegt. Dum, dum, dada, dada. Ja, und schon Ziel. Okay. Das war noch lange nicht so schwer wie die beiden Level davor. Dap. Jetzt ran gegen die Wand, Mario. Dann... Und jetzt... Äh... Schon wieder ins... Nächste Schloss, das Schloss der Geschwindigkeit. Gefällt mir nicht. Hier ist kommen wohl noch mehr blinke Steinchen, oder? Oder was? Äh, wenn das auch nur anhörernd so wird, wie ich es mir denke, dann... Habe ich schon jetzt fast verhauen. Okay. Schneller. Äh, schneller. Mal... Hä? Oh. Äh. Okay, das wird nichts mehr. Die Starre habe ich jetzt echt nicht gesehen. Aber das könnte jetzt sehr lustig werden. Also... Jetzt mal da drauf. Und... Und dann erstmal hier... Oben warten. Und... Ah. Los, weiter. Schneller, schneller. Runter. Und wieder hoch. Und runter. Und... Über die Stachel. Wo ich nicht so richtig erkenne, wo die sind. Okay. Hoch. Okay. Hehe. Wie dann, bitteschön. Okay. Okay. Stopp. Äh. Wenn nicht. Wie hat er sich das denn gedacht? Okay. Ich mache es. Voll Risiko auf... Die letzte. Äh. Los. Das schaffst du. Oh, jetzt leckt's. Ähm. Hast du vor, noch Schlimmeres zu bringen? Oder... Kommt doch was ganz fieses. Yep. Hm. Los. Spring. Spring. Äh. Okay. Okay. F, 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 F. Ja. Nee. Jetzt echt wie. Öff. Das ist doch einfach nur fies. Wie soll ich da runter... Wie soll ich da hin und kommen, ohne gleich zu verrecken? Äh. 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 Geschafft. Jetzt zum Bus. Der ist... Nicht allzu schwer. Okay. Hä? Was? Okay. Hm, hm, hm. Schießt ruhig eure Raketen. Das wird mich nicht davon abhalten, ihn auf die Rübe zu springen. Au, 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 au. Jetzt aber. Das werde ich jetzt hier wohl schaffen. Aua. Nochmal. Ah. Das ist nix. Bad. Hm. Ich spring ihm doch auf... Äh. Nochmal? Außerdem, der ist auch langweilig, oder? Dann geht mir der Platz aus. Okay. Jetzt aber. Geht doch. Tadadadadadadadadan. Hm? Los. Geht doch. Noch ein Yoshi-Hai gerettet. Weiter geht's. Was wird die nächste Welt sein? Oh, sieht mir stark nach Balkon Bowser's Schloss aus. Warte. Okay, das wird lustig. Was zur Hölle? Ah. Dumm. Okay. Das ist irgendwie... Weg da. Also wirklich wird's jetzt... Was zur Hölle. Okay. Und? Okay. Hä? Hä? Okay. Für den nächsten Sprung muss ich mir etwas genaueres überlegen, wie ich das jetzt mache. Also nochmal von vorne. Okay, reicht das? Nee. Okay. Muss ich warten, bis er zum zweiten Mal dort anliegt. Anliegt. Um. Spring, Mario. Brenn und weiter geht's. Runter. Und nicht zur Seite. Au. Okay. Und runter. Das muss ich mal gucken, wenn ich nach oben... Okay, nach oben geht nicht, aber... Da muss ich ziemlich knapp... Tschüss. Gut. Okay. Vielen Dank.